Ralf muss zurück nach... Ralf muss nach... Ralf muss irgendwann wieder zurück nach... A.S.A. Ja, ähm, woran ich denke mit dem... Ach, ich hab halt den Käfer gezeugt. Ach ja, jetzt wär auch die richtige Zeit, dem Babysitter zu sagen, als später wird's. Oh oh. Aber natürlich habt ihr jetzt keine Zeit zum MS schreiben. B.B.Sitter, wir verkaufen noch gar nicht mehr... Ja, mit dem Babbel, dem Babbel, dem Babbel! Doch, ich hab mich überreden lassen für Kinder. Ja? Was schwätscht du denn immer raus, Kerle? Knall! Haben wir das Intro schon gemacht? Nein, nein, nein. Ja gut, ich mein, wir sind ja auch... Wir sind ja auf der Seite des Rhein, wo man Sachen ruhig mal dreimal erklären kann. Irgendwie macht's mir schon Spaß, der Scheiß. Ja, nein, nein. Sind auch Düsseldorfer drinnen? Sind auch Düsseldorfer drinnen?